Willkommen zurück im unteren Bereich des Brunns, was ich eher als Kerker empfinde. Was ich auch ziemlich gruselig finde. Ich will gerade mal wieder was anderes hier ausrüsten. So, noch ein Skullfinder-Symbol. Yeah! Kann ich die hier kaputt machen? Siehst du aus. Kann ich nicht. Schade. Rein da! So, jetzt. Hier sieht's aus, als könnte ich laufen. Okay. Was soll das hier überhaupt darstellen? Und ich komm ganz einfach zur Treppe. Wo komm ich denn jetzt raus? Oh. Das Ding ist nicht kaputt gegangen. So. Ach ne, Quatsch. Was mach ich denn? Ich hab doch gerade eben erst die Frage, wenn... Oh man, ich bin gerade richtig still. Will ich aber gar nicht sein. Ja, da ist Blut auf dem Boden. Na, wieder hast du recht. Das ist irgendwie gruselig hier. Boah, was haben die hier drin gemacht? Mann. Ich frag mich, wo ich gerade überhaupt bin. Und nochmal hier hoch. Boah. Und nochmal da raus. Und nochmal da rüber. Und nochmal hier rein. Ja, ein kleiner Schlüssel. Äh, super. Nein, schon wieder runtergefallen. Wieder ein halbes Herz verloren. Na egal, aber ich hab den Schlüssel. Das ist das Wichtigste. Was ich jetzt mit diesem Schlüssel mache? Keine Ahnung. Hoch da. Da rein. Ja, lang. Hier hoch. Boah, diese Riesenleiter immer. Warte, wo kann ich den Schlüssel denn eigentlich einsetzen? Das weiß ich wohl gar nicht. Da hinten nicht, weil das Tor zu ist. Hier ist ein Schlüssel. Hier ist ein Schlüssel. So, boah. Was ist das hier? Ah, warte, der hat doch da so ein Kristall in der Hand. Ah, das Wasser ist abgelaufen. Natürlich weiß ich, was das mir bringt. Und ich kann jetzt hier rein. Hier unten. Da drüben ist nichts. Da komm ich nur raus. Und da will ich reinkriechen. Ich kann jetzt hier rein. Ich kann jetzt hier raus. Ähm, was? 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 Was ist denn das? Lass mich los! Was bist du? Der große Hirnsauger? Sie schlage alle seine Diener, um ihn zu beseitigen. Triff den Kopf. Au. 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 Was ist denn? Ah da. Nein! 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 Moment! Was ist das für ein Vieh? Ich will nur schnell die Milch ausrüsten. Falls es mal nötig wird. Lass mich los! Was? Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Oh! Oh! Kompass? Oder Auge der Wahrheit? Auge der Wahrheit! 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 Mann! Warum denn nur so ein scheiß Kompass? Zum Wohl, Link! Auf deinen Sieg! Und so! Auf deinen Sieg! Über dich das Vieh! Boah! Was war das? Nein! Immerhin ist es tot! Große Hirnsorge! Alter! Wie kann man auf sowas? Du von hinten seid doch kein... Oh! Ich hatte noch... noch einen Schuss? Jetzt weiß ich auch warum hier unten alles tot ist! Captain Obwins! Alter! Was war das gerade? Boah! Mir ist grad so richtig... Boah! Ich bin richtig angewidert! Wie kommt man auf die Idee für so ein Vieh? Vor allem, ich musste mich erstmal von einem dieser Hände greifen lassen, damit das Flur auftaucht! Na Nintendo, hattet ihr euren Spaß? Ich werd mich hier drin jetzt noch ein bisschen... So, gut! Dekosamt bin ich fast voll... äh, bin ich jetzt voll und... ähm, mit... Vor allem, ich kam ja auch nicht aus dem Grau raus! Einfach so! Ich hätte jetzt nicht einfach... gehen können! Alter! Guck mal! Auf die Idee für so ein Vieh! So, wo muss ich denn noch hin? Zeig mir mal bitte die Karte! Das sind noch zwei Räume, in denen ich nicht... Oh, da ist noch ne Truhe! Da ist dann vermutlich das Auge der Wahrheit oder sowas drin! Ah, Mann! Ich bin grad immer noch richtig angewidert! Tut mir leid, ist aber so! Ich guck mal, ob ich da hinten hinkomme! Zombie, 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 kein Zombie, gut! Hier, da bräuchte ich nen Schlüssel! Muss ich wahrscheinlich hier hinten holen! Gibt's denn da rein? Oh, da! Cool! Okay, da will ich nicht reinfallen! Also, geht's da rein! Wahrscheinlich ist in der Truhe da unten wieder ein Schlüssel drin! Und hier gibt es nichts! Das ist ja auch toll! Was hat der da im Auge? Bäm! Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen! Ja, das... Das ist mir... Oh! Das ist ein scheiß Grabscher! Was? Alter! Stopp! Was?! Wo kommt der denn her?! Gemeinheit! Mann! Das war gemein! Genau! Ich wollte schnell die Sammel hier unten loswerden! Ne, da! Naja, du bist ja auch einer! Boah, macht das Spaß! Naja, immerhin habe ich es ja bald geschafft! Der Tidal ist ja nicht so groß, oder was auch immer das hier ist! Grund des Brunnens heißt es! Jetzt komm... Link! Gehst du doch bitte rein! Danke! Muss ich mir vermutlich noch da unten dann... Ich frag mich, was mir dann das Auge dabei... Jetzt muss ich echt nochmal drauf schießen! Na ja, es ist gut, dass ich mir eben noch Munition geholt habe! So, ich geh jetzt einfach schnell durch! Bleib weg, bleib weg! Du kriegst mich nicht, Alter! Oh! Stimmt! Ah... So gut! Eif ist tot! Und alle müssen es! Was?! So! Eif ist tot! Eif ist tot! Geh weg! Was ist das? Dankeschön! Und das bringt mir hier jetzt was? Ist hier irgendwo was? Das ist ja auch ein Widerling hier. Aber was ist denn hier? Gar nichts. Oh! Die Teile kann man also in die Luft sprengen, ja? Warte, wo war das jetzt? Du scheiße, wie bist du da da? Das ist mir jetzt egal. Ich bin raus hier. Haha. So, wo ist jetzt gerade diese Luke aufgegangen? Hier. Das Ding kann ich nicht in die Luft sprengen. Nur die sind mit dem Schlitz noch drin. Was ich irgendwie extrem ekelhaft finde. Hier unten war doch noch so ein Ding, ne? Ja. Ah, ist aber nichts. Okay. Da hinten ist noch so eins. Ist auch nichts. Was ist so gut? Ist weniger für mich zu erforschen. Obwohl die Folge jetzt gleich zu Ende ist. So, da muss ich noch hin. Alter, das Vieh hat mich gerade erschrocken. Ich könnte jetzt gerade dringend Herzen gebrauchen. Das Ding hat da runtergefallen. Und es fliegt natürlich einfach so nach oben. Dankeschön. Mann! So, jetzt bin ich da nach unten wieder. Ich gehe einfach hier rein. Ich wüsste hier dann ausgerechnet nicht da sein. Und wieso waren die Frames gerade kurz weg? Na gut, aber wo bin ich hier gerade? Bleib weg! Ich frage mich, was jetzt in der Droh da hinten ist. Aber da müsste ja eigentlich schon das Sorge der Wahrheit drin sein, dann, ne? Hier hinten. Ja! Ja! Bumm! Auge der Wahrheit! Platziere es auf C und sieh mit C hindurch. Du wirst viele Geheimnisse erlüften. Setzt du es ein, kostet es magisch Energie. Wer C, kannst du es auch wieder deaktivieren. Und jetzt ist nichts wie raus hier. Ich bleib nicht noch länger hier drin. Oh! Endlich hab ich's! Was wäre bestimmt beim Voil-Tempel-Hilf? Ah, wieder so'n blöden Tempel durchgestanden. Ah, sie reden auch nicht mehr. Warte mal. So. Will ich's doch mal benutzen direkt. Und seh ich hier irgendwo was? Nein. Nein. Oh, es kostet aber nicht viel Energie. Das ist in Ordnung. Ah, hier ist noch so'n Ding zum Sprengen. Und da drin war noch ein Zombie. Gut so. Falscher Knopf. Da. Da ist noch nichts. Und ich bin raus hier. Oh, warte. Das Ding hier kann ich noch sprengen. Oh. Und da drunter ist. Okay. Oh, endlich draußen. Oh, geschafft. Geschafft, 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 geschafft. Boah. Boah, fast kein Leben mehr. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Oh, ich bin's. Oh, Mann. Dieses doofe Piepen. Aber ich weiß, dass hier noch so'n Trankhändler ist. Dann hole ich mir mal schnell einen Trank. Oh, bin ich grad froh, das geschafft zu haben. Wenn ich jetzt noch diesen Piepen aufhören würde, wäre ich da sehr verbunden. Ach, Quatsch. Hier ist ja gar kein Trankhändler. In der Vergangenheit ist ja gar kein Trankhändler. Oh, das Spiel mag mich doch. Dankeschön. Theoretisch könnte ich ja jetzt noch Hühner suchen. Warte. Ich kann grad hier mit dem Typen reden. Hey, du. Ich komm nicht mehr vom Dach herunter. Aber dafür kann ich Tag und Nacht den Todesberg anschauen. Boah, der hat's gut. Würde ich auch gern wollen. So, Leute, ich würd sagen... Oh, warte, was steht jetzt mit dem Schild? Das interessiert mich. Brunnen des Grauens. Düster, tief, unheimlich. Wahr. Ich würd sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.